Sepp Maier wird 73 Jahre alt. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Ich konnte es auch nicht glauben. Wie er das gemacht hat? Sein Rezept für ein langes Leben ist einfach. Mein Ansatz spiegelt es eigentlich wieder, dass ich bis jetzt ein glückliches Leben gehabt habe. Und dass ich das immer sehr positiv gesehen habe. Ich glaube, das ist auch und auch. Sepp Maier, Legende, Katze von Anzing, Europameister 72, Weltmeister 74, viermal Europapokalsieger, viermal deutscher Meister. Bayern-Torwart, Titelsammler, Torwarttrainer. Alles gut gelaufen. Maier, der Rückhalt der goldenen Generation. Fliegen und siegen sein Motto. Mit Gerd Müller und Franz Beckenbauer feiert Maier jahrelang einen Erfolg nach dem anderen. Maier ist die Nummer eins, die Absicherung der Zauberer. Ich bin darauf stolz, dass meine Generation mir das geschafft haben, was der FC Bayern jetzt ist. Weil wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre jetzt da ein Straßenbahndepot oder ein Busbahnhof auf dem Gelände. Sepp Maier, immer hungrig nach Titeln, aber nie mit Vertrag. Ich habe beim FC Bayern, und das gibt es auch nirgends auf der Welt, ich habe beim FC Bayern nie einen Vertrag gehabt. Nie. Nie einen Vertrag gehabt. Als Spieler nicht und als Trainer nicht. Da wäre das Gelenkig, du. Wie eine Gelenksmaus. Sepp Maier, später Torwarttrainer von Jean-Marie Pfaff und Oliver Kahn. An seinem Lebensmotto bleibt er immer treu. Ein Blödsinnmacher halt. Das liegt mir viel besser, als wäre das Ernste. 73 Jahre alt, eine Vereinslegende. Sepp Maier hat Geburtstag und der FC Bayern gratuliert von ganzem Herzen. Ich bin der Josef und nicht der Joghurt.